Es gibt zwei verschiedene Methoden, mit denen du den Posture Medic anlegen kannst. Für die erste halte den Posture Medic mit den Handflächen nach innen vor dir. Dann drehe die Hände nach unten und außen. Hebe als nächstes die Arme gerade über den Kopf und dann hinter den Körper, um die Brust zu dehnen. Senke die Arme weiter, bis zur Höhe des mittleren Rückenbereichs. Jetzt ist es Zeit, einen Gurt anzuziehen und dann den anderen, sodass der Stabilisator direkt zwischen den Schulterblättern sitzt. Wiederhole zum Abnehmen die Schritte rückwärts und entferne einen Gurt nach dem anderen. Dann strecke die Arme nach hinten, um die Brust zu dehnen. Hebe die Arme über den Kopf und senke sie wieder vor dir ab. Die zweite Methode beginnst du mit dem Posture Medic direkt hinter deinem Rücken. Halte den Posture Medic mit geraden Armen hinter dir. Drehe die Arme nach außen, sodass deine Daumen nach hinten zeigen. Beuge dann nur einen Ellbogen, um den Gurt anzulegen. Dann den anderen Ellbogen, um den zweiten Gurt anzulegen. Der Stabilisator sollte jetzt direkt zwischen den Schulterblättern sitzen. Zum Abnehmen wiederhole die gleichen Schritte rückwärts, indem du erst einen Gurt entfernst, den Arm streckst und dann den anderen Gurt, sodass beide Arme wieder gerade hinter deinem Körper sind. Der Stabilisator sollte jetzt direkt mit dem Gurt anzulegen, um den Gurt anzulegen, um den Gurt anzulegen, um den Gurt anzulegen, um den Gurt anzulegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017